hallo und willkommen zu einer weiteren folge auf dem noch frisischen marsch wir machen unsere arbeit weiter gras wegen und wald pressen und dann schauen wir weiter aktuelle version ist aktuell die 1.2 schauen wir da mal ein kurs und vorwärts geht's weiter einsammeln und bei der kalten sehe ich gerade ich mache gerade neue reihe deswegen habe ich keinen überblick zurzeit oder wenig überblick betrasche fällt ja was sieht man hier aus ne gute frage da müsste mir das ein hänger runter holen weizen weizen wollen wir aussehen ja die auch die nehmen können diese pickpacks von der mission her ja das nächste mal vielleicht noch dünge auf der wiese schnell vorbereiten schon mal in stellen und dann holen wir auf den hänger lkw um den anhänger weg zu holen kommen wir in ecke wieder an er hier aber starten wir trotzdem wir wollen eh vor gewände fahren rund rund klappt am besten lieber kann man in den ecken nacharbeiten so hier ist aktuell bei und kalt noch hier ist aktuell bei und kalt noch so wieder fast alle weizen weizen um den hänger holen das andere nicht weiter fahren kann das andere nicht weiter fahren kann genau ich habe gedacht der patch kommt noch aus offizielle die brauche wir testen die brauche da okay das ist mir das ist Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Mal rocken, halt auch in F1 ist es nicht. Feld 2. Ein paar Tage her. Was ich vergessen habe. Ist gerade wo man drin gewesen. Irgendwas mit Getreide. Feld 2 war Hafer. Eins war. Weizen. Na gut, okay. Haben wir noch was zusammenarbeiten. Auch nicht so schlimm. Können wir erst mal um die Aufgabe hier. Aber nicht fertig. Das geht nicht. Man wird Kalk aufbringen. Halbe Aufgabe hier. Oh, das war Kalk. Das erste Mal Dünger herstellen können. Aber wie gesagt, ich brauche auch noch Tiere. Ich erinnere, wo die anfangen. Was kommt aktuell? Soja. 1860. Da wird man da hinfahren. Endlich Wochenende. in der Luft. Ich glaube, der hat in der Hauptzeit. Ich bin immer wieder. Ich bin immer wieder. Überstunden. Überstunden. Ich bin ja reif für die Kuh. Vielen Dank. 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 Kalken fertig. Gott sei Dank. So, jetzt geht's zurück. Vielen Dank. So, jetzt mal ausmachen, schick, ist die Arbeit noch dran? Das habe ich geahnt. Habe ich nicht gesagt, Rund läuft gut? Ja, tu. Genau, Vogel. Der ist auch bald fertig. So, lahm den Rest ein. Da waren es um Getreide handelt worden. Diese Windgeräusche sind ja extrem. Muss ich mal ein bisschen reduzieren, Umweltgeräusche. Jetzt geht's. Muss man ja nicht schreien. So. Ein bisschen Bauflage. So weit. So, liebe Freunde der Landwirtschaft. Das soll es für die Folge gewesen sein. Ich hoffe es hat euch gefallen. Ich würde mir ein Abo und ein Like freuen. Jetzt haben wir ein Winkewinke und noch wiedersehen. Bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal.